Och man, wenn man es schon mal hinkriegt. So. Jetzt fährt er es einfach weg. So, gehen wir mal jetzt mal los. Fast. Ja, sehr gut. So, jetzt müssen wir im richtigen Moment da hoch springen. Excellent. Das hatte ich erwartet. Jetzt wird hier ja nicht mit den Save-Punkten gespart. Okay, nicht so weit in der Mitte stehen. So. Die andere Seite komme ich ja nicht. Was ist oben, Alter? Oh, was ist da? Da müssen wir mal einen schönen... Ah, da hat man einen Fütterwand. Ja, perfekt. Ich kann immer wieder an derselben Stelle einspielen. Ich treffe das zuverlässig. So. Perfekt. Nein, in der an uns... Oh Gott, das ist ja ein anderer Abstand. So, und das muss jetzt dreimal hintereinander klappen. Oh, man ist auch noch schneller als die Leute. Das heißt, man muss ganz knapp vor der Wunke gehen. So. Das war's. Ah, das wird sogar wieder abgesaugt, klar. Sehr, sehr umweltfreundlich hier. So, jetzt habe ich mich wieder durchgecampt, jetzt spiele ich auch weiter und teleportiere mich nicht weg. Ah, super. So. Wie? Den kannte ich schon. Oh, lass doch mal nicht gucken. Klar. So, speichern wir uns ab. Ist ja alles gespiegelt. Was ist das für ein Nützerraum? Wie, bin ich jetzt völlig umsonst hier hin? Das kann ja wohl nicht sein. Das kann ja wohl nicht sein. Ah, ha. Vielleicht ist es so. Ja, die wussten schon, warum sie da den Speicherpunkt hingemacht haben. Das funktioniert wohl nicht so gut, wenn man hier den Lütz schon wechselt. Eigentlich müsste man ja in der, in der Lücke bleiben, wo man drin ist. Ich muss wieder auf die andere Seite. Echt? Okay. Ich bin mal hier am Speichern. Hoffentlich. Na, das war nicht so ins Korrekt. So, sterbe ich einfach hier drei Mal, um das auszugleichen. Okay, der war nicht absichtlich Och nee, man muss auch mal die Seite wechseln Bei dem Ding So, jetzt nach der Seite Aha Natürlich nicht so einfach Okay, das war das So, jetzt mal das noch der Ich wollte nur noch zu dem Speicherpunkt So Das verstehe ich nicht Ah, ich muss nach da und nach hier Logisch Warum muss er jetzt auf hier einen Speicherpunkt Das soll wohl cool aussehen Das hätte ich jetzt nicht erwartet Nein Okay, da auch nicht Fast Ha, ha, ha So So Gerade mal abspeichern Nein So Welche Richtung Mal nehmen Okay Hier hat schon mal ein schlechtes Ohr Was war das? Was war das? So, wo komme ich hier überhaupt hin? Was soll ich denn da? Da komme ich hier überhaupt nicht rüber. Ah, okay. Das war gar nicht dasselbe. Hm, ich hoffe mal, man muss die Dinger nicht doch einsammeln. Hallo, was ist das denn? Diese Plattform in der Mitte ist ja zwei Felder breit. Eins hätte doch völlig genügt. So, jetzt kommt bestimmt noch ein Profispieler und ich spiele so in einem Rutsch durch. Und ich sehe in dem Fall lächerlich aus. So, wir kommen allein. Gar nicht. So, jetzt kommt noch ein Rutsch. Ich verstehe. Ich verstehe. Wie kann ich das denn? Ich verstehe. Wie kann ich das denn? Wie kann ich das denn? Wie kann ich das denn? Hey! Was? Wie kann ich das denn? Wie kann ich das denn? Wie kann ich das denn? Ich glaube schade, das ist anders. Ich muss auf dem Kopf stehen. So, na, jetzt im richtigen Moment rüberlaufen. Ha! Nicht in diesem. Hm, da kommt mir die Idee. So. So, ja, das könnte klappen. Ach! So. Na, bitte geht doch. Von wegen schweres Spiel. So, jetzt kann man das ja nochmal... Ja, aber wir kommen hier jetzt da zurück. Wenn ich jetzt hier rausgehe, ist doch das wieder zurück. Ja, dann sind die wieder da. Oh Mann. Das macht doch keinen Sinn. Da muss man ja zu zweit sein. Das ist dann ein Speicherpunkt. Ach, man muss da abspeichern, dann alles ohne Speichern. Das heißt, man muss da ohne Speichern durchkommen. Ja, das ist für Leute, die das alles einmüllen wollen. Ich sammle immer meine Leute ein. Hm, vielleicht wird der mir leider helfen. Okay, man kann auch machen, das soll ich doch machen. Dann wird der mir da wohl nicht helfen. So, noch zwei Stück. Das geht ja wie Brezel backen. So, diese Woche ist ja wie da auf der Stelle eigentlich clean. Und wieder투 對. Lasst uns吧 bei Such 06 так factors. Also davon Amelia drum und sloten ja mal wieder drauf auf dem Motiv stehen. Du ne is das nicht? Wieendesranion. Bis zum nächsten Mal. U, das Drag das Golf Schass dieses Videos war. Und dann wenn ich vertief. Das ist W Bearbeitung. Untertitelung des ZDF, 2020